Es ist eine deiner letzten Übung jetzt hier in der Reha. Ich werde es nochmal gucken. Dienstag Team. Ich gehe zurück zum Team. Ist deine letzte Übung jetzt hier? Mein letzter Flex, ja. Die letzte Übung hier. Meine letzte Abendshandlung. Willst du sie filmen? Ja. Okay, so. Nochmal mein Klassiker. Von den letzten Wochen. Boah, du springst ja wieder richtig gut, ne? Klasse.